heute fängt das video mal etwas anders an und zwar habe ich heute diesen korb überreicht bekommen von ich bin da immer noch ganz sprachlos von meinen mitarbeitern und zwar wirklich von allen mitarbeitern also ob das unser sag ich mal werkstatt team war oder ob das unser büroteam war ich nenne es jetzt einfach mal so von nicole bis zur natalie bis hin kotola dann der mark der christian der oliver der peter der detlef also ich hoffe ich habe jetzt auf die schnelle keinen vergessen christian mark oliver detlef christian ein müsst ihr alle haben meine wenigkeit ist da nicht so wichtig in dem fall habe ich diesen korb bekommen und ich muss ehrlich sagen also ich bin da echt mega gerührt und ich möchte an der stelle auf diesen weg auch noch mal vor meiner ganzen community und youtuber die hier fleißig gucken an mein ganzes team ganz ganz lieben dank sagen warum habe ich den korb bekommen weil auch ich es geht auch an mir nicht vorbei ein jahr älter worden bin nein nicht heute und nicht gestern sondern das ist schon zwei drei tage länger her aber meine mitarbeiter haben das dann heimlich sich zu nutzen gemacht haben wir ganz ganz liebe geburtstagskarte geschrieben haben alle unterschrieben und das ist einzige also das wirklich jemand der korb ist ja schon toll und der pokal dazu aber jetzt müsst ihr euch das mal geben was hier steht schaut euch das an bester chef happy birthday 22 ist das nicht der hammer wünscht das mica team also ich muss ganz ehrlich sagen ich bin megamäßig geflasht der kriegt natürlich auch echt einen absoluten ehrenplatz und mir fehlen da echt die worte dazu nur dazu sind es lauter sachen ja auch die ich auch echt mega mag also das ist der hammer ob das der käse ist ob das hier also das ist ganz egal diese salami sticks also ich bin wirklich mega gerührt und das schöne ist ich hoffe dass das auch so ist und gottes willen der beste aber ich hoffe dass sich eben auch alle mitarbeiter hier wohlfühlen weil das für mich auch wirklich immer wichtig ist das war ja auch das bestreben wie wir hier angefangen haben ein etwas anderer chef zu sein und man es ist als chef nicht immer leicht es ist man muss entscheidungen treffen man muss auch mal was sagen dürfen aber man muss halt auch immer versuchen den ton zu finden und vor allen dingen auch verständnis aber auch so ein bisschen ja man muss halt alles irgendwie haben und das ist manchmal echt nicht leicht muss ich ganz ehrlich sagen es ist man nimmt viel mit heim man grübelt viel nach man hat mir das jetzt richtig gesagt hat mir das richtig gemacht hat mir das richtig entschieden es sind alles fragen fragen und und das gärt in einem und wenn man dann sowas sage jetzt einfach mal von seinen mitarbeitern so in der form bekommt muss ich ganz ehrlich sagen wahnsinn weil das finde ich ganz ganz toll sagt mir dass nicht alles ganz so falsch ist und ich kann wirklich nur an euch alle sagen ich an mein ganzes team hier ganz ganz lieben dank weil ohne euch wäre ich schon mal gar nichts und ich bin auch nur ein bestandteil dieses teams und bin so dankbar dass wir uns in der form so gefunden haben um das zu tun was wir tun und dafür echt euch allen ganz ganz lieben dank es ist mir echt viel wert also muss man ganz ehrlich sagen ihr habt mir da heute morgen echt megamäßig überrascht ihr habt mir echt sprachlos gemacht es war schon echt heavy ja das wollte ich auf dem weg einfach nur auch mein team und meine mitarbeiter mitteilen und natürlich der welt da draußen auch zeigen wie toll ihr seid und dass es nicht immer nur ich bin der hier hinter und vor der kamera steht und ich das alles nur eben tun kann weil es euch das mika team in dem zusammenhalt wie wir alle sind weil es euch eben auch gibt und dafür kann ich mich wirklich nur immer immer wieder bedanken und hofft dass wir miteinander noch wachsen und noch viele viele schöne tolle zeiten jahre jahre jahrzehnte haben dann super lieben dank ihr seid spitze ja das hat mich heute echt geplättet das war es war schon emotion pur muss ich ganz ehrlich sagen weil es hat mich megamäßig überrascht ich habe damit überhaupt nicht gerechnet gar nicht und also nochmal an euch auch jetzt face to face ice to ice mega lieben dank echt spitze super ja was möchte ich noch sagen ich habe noch ein anliegen und zwar wir haben ja letztes jahr unser camper treffen gehabt und auch dieses jahr findet es statt und ich möchte auch hier noch mal kurz zur erinnerung sagen vergesst nicht am 26 27 28 29 also donnerstag freitag samstag und sonntag ist bei uns hier große party vatertag geht's los da ist anreise wir haben es das mal über den vatertag gemacht weil wir gesagt haben mensch das ist ja geschickt da haben wir dann ein bisschen luft beziehungsweise was heißt luft da haben wir einen tag mehr weil wir haben ja kunden und gäste die reisen dann schon ein bisschen von weiter her an und da macht es echt sinn und finde ich richtig geil weil die haben dann einen tag länger und wir haben schon ganz ganz viele features organisiert und glaubt mir eins das wird eine riesen party also ich bin da schon mega mäßig gespannt ich will da gar nicht so viel versprechen ich weiß ich habe schon zusage von ein paar youtuber die kommen auch große große kanäle wie kleine kanäle top jeder kanal ist gleich toll und das sind ganz tolle jungs und da freue ich mich schon mega mäßig drauf und dann haben wir noch ein paar andere features aber nein halt stopp ich will da noch gar nicht so viel vorgreifen soll ein bisschen die spannung noch anheizen und es sind noch plätze frei wenn ihr euch anmelden wollt bitte eine kleine e-mail an uns schreiben und los geht's dann haben wir noch plätze und dann werden wir richtig spaß haben super so jetzt sehen wir hier nochmal unseren solarversuchsaufbau nur damit ihr auch seht dass wir auch hier jetzt nochmal eine JWS Platte dazu gepackt haben und ein Büttner Blackline Modul dass das alles seine Richtigkeit hat und jetzt können wir die dann auch entsprechend sauber vergleichen ich habe dazu jetzt einige Kommentare von euch gekriegt weil der Vergleich so im Detail nur ein bisschen hinken täte dazu möchte ich euch dann auch noch ein bisschen was dazu sagen hier jedenfalls das Umfeld ihr seht es also ich achte auch drauf dass die Gräser hier dann im Sommer immer schön wegkommen die werden jetzt dann auch nur geschnitten damit wir hier immer die gleiche Verschattung haben und ja vor dem Umfeld her wurde auch schon ein bisschen angezweifelt welche der Verschattung dass die ja alles gleich ist ja weil die Halle ist hier Katzengrat und hier ist weder links und rechts was von der Halle wie gesagt die paar Gräser die kommen jetzt dann noch weg und dann ist hier gar nichts also die Verschattung ist hier definitiv gegeben dass die immer gleich ist auch der Verschmutzungsgrad ihr seht es ich lasse die ja so liegen das habe ich euch ja gesagt weil aufs Wohnmobil gehen wir ja auch nicht ständig und putzen die Platten und somit ist auch hier schon der Verschmutzungsgrad entsprechend gleich die zwei natürlich noch nicht weil die sind noch neu die liegen noch nicht so lang und ja dann schauen wir uns hier einfach nochmal die Ergebnisse an wie das sich zusammenträgt also falls ein bisschen was wackeln sollte oder sonst was seid mir bitte nicht böse ich bin nicht in Hollywood und ich beschäftige mich auch noch nicht wirklich so mit tausend Möglichkeiten im Schneidprogramm weil ihr halt einfach auch die Zeit gar nicht dafür habt das ist so ein bisschen mein Problem ich würde gern viel mehr machen aber das geht halt leider nicht ja hier sehen wir mal die Werte also ich habe jetzt grob die fünf Platten zusammengezählt also wir haben hier ein JWS 130 Watt Peak ihr ein Büttner 130 Watt Peak und ihr ein Hochvoltmodul 130 Watt Peak also diese drei Platten sind ja schon mal eins zu eins vergleichbar dann haben wir hier nochmal eine Active Wire mit 125 Watt Peak und hier habe ich ein SunPower Modul mit 120 Watt Peak was ja so hoch gelobt worden ist damit es eben mit Lötstreifen und auf der Rückseite und so megamäßig toll ist also von den Grundergebnissen her geht es mir ja in erster Linie darum wenn ich mich für Platten entscheide wie viel macht es denn wirklich aus was ist denn wirklich für mich der tolle Ertrag wenn wir jetzt mal die drei Platten hier vergleichen wollen seitdem es gestartet sind haben wir hier bei der SunPower 1160 Watt Stunden bei der Hochvolt Platte von WCS 1340 Watt Stunden und bei der Active Wire 1220 Watt Stunden natürlich muss man sagen die hat ja auch 130 Watt Peak die hat 120 Watt Peak die hat 125 Watt Peak drum driften die von Haus auf natürlich schon ein bisschen weiter auseinander wenn wir aber jetzt die drei Platten nehmen eins, zwei, drei hoppala die original 130 haben na jetzt sehen wir Bild im Bild im Bild jetzt muss ich wieder einschalten die original ja 30 Watt Peak haben sehen wir aber auch hier die letzten Tage und zwar hier ab den 19. geht es da los also die oberen zwei Ergebnisse waren die letzten acht Tage hier unten geht es jetzt los das ist die grüne Zahl haben wir hier bei Götz Platte beim Hochvolt Modul 130 Watt Peak 700 Watt Stunden bei der Büttner Platte 640 Watt Stunden und jetzt kommt was erschreckendes bei der JWS 80 Euro Platte für 130 Watt Peak hat auch 660 Watt Stunden also besser wie der Büttner aber dennoch die Hochvolt von WCS in 130 Watt Peak Klasse die Nase von eindeutig also für mich stellt sich da schon raus dass also dieses Hochvolt Schindel Modul schon echt eine wirkliche Alternative ist weil wir sprechen ja immer nur von einer einzigen Platte und wenn ich auch die Werte so angucke hier gegenüber hier auch dem Büttner also allein gestern waren es hier 170 Watt Stunden hier waren es 150 Watt Stunden ist schon ist schon ein Unterschied das ist 130 und das ist 130 also da kommt schon richtig Power runter also da muss man schon glanzklar sagen da passiert schon richtig was das wollte ich euch nur noch mal kurz als kurzen Überblick verschaffen dass jetzt ab 19. wirklich alle 5 Platten laufen und auch entsprechend ja sich schon Ergebnisse angetan haben ja jetzt kommt natürlich noch der Punkt worauf ich auch aufmerksam gewacht worden bin mir könnte das Ganze ja jetzt auch runterrechnen aber dazu sage ich gleich noch mal ein bisschen mehr ja und zwar war ja der ein oder andere Beitrag von euch und dafür auch ganz ganz lieben Dank man müsste jetzt natürlich das Ganze noch runterbrechen also das heißt dass wir dann mal ein Ergebnis kriegen pro Watt Peak wie viel Ertrag habe ich damit wir es so wieder hochrechnen können dass das alles auf dem gleichen Level ist der 5 Platten natürlich machen wir auch nur jetzt heute macht es ja noch keinen Sinn weil wir haben ja noch gar keinen wirklichen Ertrag ich sage mal wenn wir mal 3-4 Monate im Laufen sind da wird es für mich Sinn machen weil dann haben wir auch schon mal Kaltwetterfront Frühjahrsfront und im Sommer reingehend andere Ergebnisse und da kristallisiert sich ja dann auch erst die Wahrheit heraus jetzt Stand heute haben wir ja nur Momentaufnahmen die ja überhaupt noch nicht wirklich zählen es ist ja nur Tendenzen die wir gerade erkennen oder die wir gerade deuten aber ja in den Langzeittests überhaupt noch keine Rolle spielen weil ich habe ja euch auch schon immer gesagt vor diesen Kurzzeittests halte ich nichts ich möchte 365 Tage haben genauso ist es ja auch wichtig weil es dann geheißen hat ja 130 mit 125 Watt zu vergleichen ist ja nicht so der Brüller für mich schon auch die 120 Watt Peak ist für mich schon der Brüller weil ich möchte ja gerade feststellen was habe ich denn an Ertrag mehr wenn ich auf 130 statt 120 gehe was habe ich denn an Ertrag weniger wenn ich auf 125 runter gehe statt auf 130 weil platztechnisch das anders was nicht zu bewerkstelligen ist oder und so weiter also das sind ja ganz ganz viele Punkte und diese Unterschiede darum haben wir ja dreimal 130 Watt einmal 130 Wettner einmal 130 WCS Hochvoltmodul und einmal 130 Billigmodul von Amazon für 80 Euro JWS und die sind ja 1 zu 1 Vergleich und dann werden wir weiterspinnen und werden das Ganze dann im Vergleich zu dem 120 und 125 Watt Peak Modul nehmen und wir werden natürlich auch das ist ja nur eine Rechenformel das Ganze auf runterbrechen pro Watt Peak den Ertrag und dann können wir von mir aus natürlich auch pro Amperestunde pro Watt Peak die Amperestunden ausrechnen und dann kann man das auch noch auf die Kosten legen kann ich euch auch noch was dazu sagen beziehungsweise werde ich auch das dementsprechend noch sauber dokumentieren aber das Sandbauer Modul liegt ungefähr um die 250 Euro rum das WCS Modul liegt ungefähr bei 450 500 Euro rum genauso wie das Bittner Modul genauso um den Drehrum liegt dann das JWS habe ich ja gerade schon angedeutet das liegt bei 80 85 Euro waren es glaube ich nee das war netto also es waren knapp knapp 100 Euro auf Amazon und dann haben wir noch die Actifier von von WCS die liegt bei 400 und ein paar zerquetschte also die sind alle schon plus minus in der gleichen Preis Range bis auf das günstige halt und ich werde es aber noch genau detailliert aufführen und dann euch auch noch in der Tabelle mit einlinken die Tabelle werde ich dann natürlich auch nochmal sauber mit Farben und so weiter mit Diagramm noch ein bisschen ausbauen haben wir ja noch ein wenig Zeit 365 Tage um da anständige Ergebnisse raus zu kriegen die Bedingungen jedenfalls ich habe es gerade nochmal gezeigt die sind faktor wirklich gleich also das ist so die Entladung da achte ich auch immer drauf damit auch der Akku sauber entladen sind wenn ich es mal nicht richtig erwische ist natürlich auch nicht so schlimm weil es bleibt sich ja immer gleich also die Module haben ja nicht einmal einen vollen also die die haben ja immer den gleichen Akku also letztlich auch der Verbrauch ist ja immer für alle gleich also der Test bleibt immer der gleiche der Vergleich bleibt immer der gleiche und der interessiert uns ja und ja ich bin weiterhin gespannt was dabei rauskommt sehr sogar weil für mich das ja auch in der Beratung eine richtige Rolle spielt mache ich das richtig im guten Gewissen zu euch weil das spielt ja auch eine Rolle weil wir sind eine ehrliche Firma und ich möchte ehrlich beraten und ich möchte auch dementsprechend das Richtige für euch rausfinden ja somit soviel zu unserem Solartest und zu dem was wir sonst noch alles so vorhaben ja dann haben wir noch ein ganz wichtiges noch ein wichtiges Ereignis also ich finde es ganz wichtig und zwar hat der Tobi das schon mal letztes Jahr angeteasert da ging das Ganze vom ADAC aus glaube ich war das aber das hat nie funktioniert wegen Corona und zwar ein Fahrsicherheitstraining für Wohnmobile das findet auch gibt es ein neues und da haben wir jetzt am Lausitzring ein Fahrsicherheitstraining von der DEGRA organisiert also hauptsächlich federführend macht es der Kemper Tobi und meine Wenigkeit wie der Magus Fan4Van und auch der Agi und das findet statt am 10.11.12.6. an dem Wochenende und da wenn er drauf geht beim Tobi oder auch bei mir auf der Homepage geht es hier zum Anmeldeformular und dann kann man sich da noch anmelden auch da sind noch Plätze frei also das kann ich auch nur jedem empfehlen so ein Fahrsicherheitstraining weil ein Wohnmobil ist halt schon eine ganz andere Nummer und man denkt immer auch ich also ich muss dazu sagen ich bin im Jahr in meinem früheren Arbeitsleben im Vertrieb 60.000 Kilometer 50.000, 60.000 Kilometer gefahren jedes Jahr und das weit über 10 Jahre hinweg und da sollte man meinen man hat da schon die ein oder andere Routine im Fahren stimmt aber Wohnmobil fahren ist wieder eine ganz andere Nummer weil einfach das Wohnmobil anders reagiert das ist hauptsächlich das Problem ja ich muss sagen es war heute echt ein bewegender Tag es war jetzt kein spektakuläres Technikvideo wollte euch aber auch nicht wieder das XT Wohnmobil zeigen das kommt auf alle Fälle wieder sondern ich wollte euch einfach mal ein paar Infos geben über den Solartest und die kleine Danksagung an meinen Spitzenteam und was ihr auf alle Fälle nicht verbessern dürft ist das nächste Video weil hier mache ich ein kleines Video Ladebooster warum Ladebooster ob Ladebooster geht überhaupt Ladebooster bei dem ein oder anderen Fahrzeug und aus ganz aktuellen Anlass nehme ich dann noch ein zweites Thema mit da rein Umrüstung Lithium Akku weil ich heute erst wieder auf ein Phänomen gestoßen bin ein ganz ganz netter Kunde kam hier an aus Karlsruhe und er hat ein wunderschönes Fahrzeug und zwei AGM Akkus die sind hinüber und er möchte jetzt Lithium Akkus man hat ihn doch sage und schreibe von drei ich weiß es nicht Händler Werkstätten scheißegal ist echt wurscht wieder weggeschickt oder beziehungsweise so die Aussage getätigt ob das geht oh ich weiß es nicht wir können es mal versuchen Leute Leute Wahnsinn und auch da möchte ich kurz drüber kleines Video machen was da los ist und ob es geht oder ob es nicht geht also schaltet wieder ein ich freue mich drüber bleibt dran über einen Daumen freue ich mich wenn ihr nichts verpassen wollt natürlich auch über ein Abo da würde ich mich tierisch freuen und die Glocke damit ihr nichts mehr verpasst ich bin dankbar darum dass ihr wieder dabei wart schaltet wieder ein ich wünsche euch alles Gute bleibt mir gesund und bis zum nächsten Video Ciao 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 Ciao